In diesem Video stellen wir Ihnen unsere Profi-Kombi-WIG-Schweißgeräte mit Plasmaschneidfunktion vor. Bevor wir uns den Lieferumfang und die Inbetriebnahme anschauen, gehen wir zunächst auf die Unterschiede der Geräte ein. Beide Geräte in dieser Serie verfügen über eine Hochfrequenzzündung mit 200 Ampere Leistung im WIG-Modus und 170 Ampere im MMA-Modus. Die Plasmaschneidfunktion ist mit einer Kontaktzündung und 50 Ampere Leistung ausgestattet. Somit lassen sich Schnitte bis zu 12 mm im Baustahl erreichen. Die Berlin 2400 ist das DC-Kombi-Schweißgerät. Hiermit lassen sich eine Vielzahl von Schweißarbeiten durchführen. Mit der New York 2500 lassen sich durch die AC-Funktion alle schweißbaren Metalle inklusive Aluminium verarbeiten. Ihre eingestellten Jobs lassen sich auf neuen Speicherplätzen abspeichern und sind jederzeit abrufbar. Zum Lieferumfang gehören ein WIG-Schweißbrenner WP17 in 4 Metern Länge mit 9 mm Dorn, 5-poliger Steuerleitung und einer Schutzgasschnellkupplung. Eine Erdungsklemme in 3 Metern Länge mit 16 Quadratmillimeter Kabeldurchmesser und 9 mm Dorn. Eine Elektrodenhalter in 3 Metern Länge mit 16 Quadratmillimeter Kabeldurchmesser und 9 mm Dorn. Ein Schutzgasschlauch mit 2 Schraubschellen. Ein umfangreiches Zubehörpaket bestehend aus je einer Gasdüse der Größe 4 bis 7, einer kurzen und langen Brennerkappe und jeweils 2 Spannhülsen mit Gehäuse in den Größen 1,6 und 2,4 mm. Sowie eine gerätespezifische Bedienungsanleitung auf Deutsch und Englisch. Für die Plasma-Funktion erhalten Sie noch einen PT31 Plasmabrenner in 4 Metern Länge mit 9 mm Dorn, 5-poliger Steuerleitung und Druckluftschnellkupplung. Einen Druckminderer mit Wasserabscheider, Druckluftmanometer, Druckluftschlaufe Bindungsstücke, Einen passenden Halter für die Montage auf der Rückseite des Geräts und Teflonband. Um den Druckminderer zusammenzubauen, benötigen Sie einen 11 mm und 14 mm Maulschlüssel. An den Seiten befinden sich der Ein- und Ausgang für die Druckluftschlaufe Bindungsstücken. Entfernen Sie die Schutzkappen vom Druckminderer und umwickeln das Verbindungsstück mit Teflonband. Ziehen Sie das Verbindungsstück mit dem Maulschlüssel handfest an. Wiederholen Sie den Arbeitsschritt auf der anderen Seite. Der Druckluftmanometer wird auch mit Teflonband umwickelt und handfest angezogen. Das kurze Stück Druckluftschlaufe verbinden Sie mit dem Ausgang am Druckminderer und das lange Stück mit dem Eingang vom Druckminderer. Für die Montage des Druckminderers entfernen Sie zunächst die Muttern mit Unterlegscheiben und schrauben diese mit dem Halter an dem Gerät wieder fest. Der Druckminderer wird dann von unten in den Halter geschoben und festgeschraubt. Verbinden Sie nun das kurze Ende vom Druckluftschlaufe mit dem Gerät und das lange Stück mit Ihrem Kompressor. Hierfür benötigen Sie eventuell ein Schnellkupplungsstück, was nicht im Lieferumfang enthalten ist. Vor der ersten Inbetriebnahme überprüfen Sie Ihren Plasmabrenner. Dazu schrauben Sie die Keramikkappe ab. Entnehmen Sie die Stromdüse, den Zwillring und die Elektrode. Sollte eine Seite der Elektrode verbraucht sein, drehen Sie diese einmal um und benutzen Sie diese von der anderen Seite weiter. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Ziehen Sie die Keramikkappe handfest wieder an. Um den Plasma oder Wegbrenner in Betrieb zu nehmen, schließen Sie zunächst das Schlauchpaket an. Achten Sie bei der Steuerleitung auf die Führungsnase und schrauben diese handfest an. Beim Schnellkupplungsstecker achten Sie darauf, dass er hörbar einrastet. Der Brenner kommt an den Negativ-Schweißstromanschluss. Die Erdungsklemme kommt an den Positiv-Schweißstromanschluss. Werfen wir nun einen Blick auf das Bedienfeld der New York 2500. Wenn Sie im WIC-Modus sind, schalten Sie unten rechts die Pulsfunktion ein. Am Display wird Ihnen der eingestellte Schweißstrom angezeigt. Über den Einsteckknopf lassen sich nun weitere Einstellungen vornehmen. Die Grundstromstärke von 10 bis 100 Ampere. Die Impulsdauer von 10 bis 90 Prozent. Die Impulsfrequenz von 1 Hertz bis 200 Hertz. Die Stromabsenkung von 0,1 bis 10 Sekunden. Der Schlussstrom von 10 bis 200 Ampere. Die Gasnachlaufzeit von 0,1 bis 10 Sekunden. Im AC-Modus die Balance von 10 bis 30 Prozent. Die AC-Frequenz von 50 Hertz bis 200 Hertz. Die Gasvorlaufzeit von 0,1 bis 5 Sekunden. Den Startstrom von 10 bis 200 Ampere. Den Stromanstieg von 0,1 bis 10 Sekunden. Um den Plasmaschneider in Betrieb zu nehmen, schließen Sie zunächst das Schlauchpaket an. Schalten Sie über die Jobfalltaste auf die Plasmafunktion. Am Display wird Ihnen der eingestellte Schneidstrom angezeigt. Der Verstellbereich liegt von 20 bis 50 Ampere. Durch Drücken des Einstellknopfes können Sie zusätzlich die Gasnachlaufzeit einstellen, damit der Brenner ausreichend gekühlt wird nach dem Schneidvorgang. Wir empfehlen mindestens 5 Sekunden Gasnachlaufzeit einzustellen. Zum Elektroden schweißen wird der WIC-Schweißbrenner gegen den Elektrodenhalter ausgetauscht. Klemmen Sie den Elektrodenhalter an den Negativschweißstromanschluss und die Erdungsklemme an den Positivschweißstromanschluss. Schalten Sie vom WIC-Modus in den MMA-Modus. Über den Einstellknopf lässt sich der Schweißstrom von 10 bis 170 Ampere verstellen. Durch Drücken des Einstellknopfes gelangen Sie in das Untermenü, um weitere Einstellungen vorzunehmen. Hot-Startstärke in Ampere. Von 1 bis 10 immer in 10er Schritten. Das bedeutet 1 gleich 10 Ampere, 5 gleich 50 Ampere. Diese werden immer zu dem bereits eingestellten Schweißstrom dazugegeben. Hot-Startzeit in Sekunden. Von 1 bis 10 Sekunden. Stellt die Dauer des Hot-Starts ein, um die Elektrode optimal zu zünden. Arc-Force. Verstellbereich von 1 bis 100 Ampere. Damit sich die Elektrode nicht festbrennt, werden die hier angegebenen Ampere zum Schweißstrom addiert. Wichtig! Der eingestellte Schweißstrom und Arc-Force können zusammen 170 Ampere leisten. Ist der Schweißstrom also schon bei 170 Ampere eingestellt, hat das Arc-Force keine zusätzliche Funktion mehr, da die maximale Leistung bereits zur Verfügung gestellt wird. Weitere Tipps zum Schweißen finden Sie hier auf unserem Kanal. Sollten Sie noch Fragen zum Produkt haben, schreiben Sie einen Kommentar unter diesem Video oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Vielen Dank!